Ich starte dieses Video mit einem Kaveat, einer Warnung. Was nun folgt, ist ein Kommentar. Eine zwar auf vielen wissenschaftlichen Studien beruhende, jedoch trotzdem subjektive Bewertung der Ereignisse. Sehr bewusst verweise ich darauf, dass ein gewisses Maß an Unsicherheit bei so manchem Streitpunkt immer noch besteht. Viele Dateninterpretationen sind immer noch nicht wirklich schlüssig. Was nun folgt, sind die Schlussfolgerungen, zu denen wir nach sehr umfangreichen Recherchen und persönlichen Analysen gekommen sind. Ein Kommentar, keine Wahrheitsverkündung. Wir wurden vielfach gebeten, unsere Corona-Videoserie zu aktualisieren. Dies möchten wir nun unter anderem mit einigen Aussagen zur Impfung tun, da wir gerade bei dieser Thematik eine Aktualisierung unserer Aussagen vom Januar 2021 für geboten halten. Vor allem aber möchten wir mit dieser kleinen Videoreihe ein allgemeines Resümee ziehen. Wir haben längere Zeit keine neuen Videos zu dieser Thematik produziert, weil wir den Kernaussagen unserer Analysen vom Mai 20 und Januar 21 tatsächlich nichts substanziell ein neues hinzuzufügen hatten. In der Zeit danach geschah, was sie schon sehr früh abzeichnete. Die in dieser Gesellschaft seit Jahren schon verödende Diskurslandschaft, sie trocknete völlig aus. Im Gegensatz zum Meteorologischen hat der soziale Klimawandel seinen Tipppunkt schon längst erreicht. Die Diskursverweigerung, die von Politik und weiten Teilen der Medienlandschaft, man kann sagen vorexerziert und, ganz wichtig, von den Universitäten emphatisch mitgetragen wird, sie hat alle Bereiche der Gesellschaft mittlerweile erfasst. Die Dummen, die Einfältigen, die Lauten und natürlich die Populisten, das sind immer die anderen. So existieren tatsächlich keine Daten, die nicht gegenläufig gedeutet würden. Selbst dort, wo die nackten Zahlen, man kann sagen, relativ gut überschaubar sind. So kann man zum Beispiel sagen, das einst angestrebte Ziel, das Gesundheitssystem nicht überzubelasten, dass das mit Bravour erreicht wurde. 2020 und 2021 wurden in deutschen Krankenhäusern insgesamt jeweils fünf Millionen Menschen weniger behandelt als in den Vorjahren. Die Intensivbetten waren über das gesamte Jahr 2020 lediglich zu 3,4 Prozent. Nach anderen Berechnungen bis maximal 5,2 Prozent von Corona-Infizierten belegt. Die Krankenhausbetten insgesamt zu weniger als zwei Prozent. Mit anderen Worten, die 2,5 Jahre Corona-Pandemie gingen einher mit einem starken, man könnte fast sagen, historischen Abfall der Krankenhausbehandlungen. Aber Vorsicht! Auch hier sollten wir uns vor dem so gern praktizierten Schwarz-Weiß-Denken hüten. Die genannten Zahlen wollen und dürfen nicht negieren, dass es einige sehr wohl kritische Phasen auf den Intensivstationen gab. Phasen, die wir dort tätigen, Ärzte wie auch Pflegeschaft unendlich, zum Teil unmenschlich viel abverlangten. Das gilt es zu würdigen und dankbar dafür zu sein. Auch muss berücksichtigt werden, dass Corona-Patienten einen sehr, sehr großen Pflegeaufwand notwendig machten. Doch viele der Belastungs- und man könnte sagen auch Überlastungsmomente sind mitnichten nur der Corona-Infektion oder den Corona-Infektionen anzulasten. Vieles ist hausgemacht. Denn ein Abbau der Intensivbetten um über 6.000 innerhalb von zwei Jahren Pandemie hat sehr viele Gründe. Gründe, die jenseits dieser Pandemie liegen. Alles in allem ist das Gesundheitssystem als Ganzes mitnichten kollabiert. Endgültig kollabiert ist unsere Kommunikationskultur, eine sich immer weiter aufschaukelnde Dynamik in einer parolenproduzierenden und zugleich der tiefen, um Wahrheit ringenden Worte immer mehr verlustig gehenden Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die der viralen wie auch moralischen Hygiene huldigt und zugleich ignoriert, dass ein aus vielen pathologischen Quellen gespeister gesellschaftlicher Autoimmunprozess in ihrer Innerlichkeit tobt. Nicht nur Viren besitzen eine Zerstörungskraft. Wir plädierten in unseren Analysen für einen Weg, der in etwa dem entspricht, was heute als schwedischer Weg bezeichnet wird. Es waren vor allem deutsche Medien, die diesen Sonderweg heftig kritisierten. Doch ob Schwedens maßvoller Kurs oder Großbritanniens frühe Aufhebung der Maßnahmen, die jeweils prophezeite Katastrophe, sie blieb jeweils aus. Die schwedischen Experten um Anders Tegnell fuhren einen besonnenen Kurs. Natürlich gab es Einschränkungen und auch Schutzmaßnahmen. Doch begegnete man der Krise, ohne die Menschen ihres vertrauten Lebens zu berauben. Das heißt, ohne strikte Lockdowns, ohne Kita und Schulschließungen, zumindest bis zur achten Schulklasse und sogar ohne eine allgemeine Maskenpflicht. Es gab natürlich Empfehlungen, aber keine streng regulierte Pflicht. Die wirtschaftlichen Einbrüche, die sich zwangsläufig aus dem Lockdown-Modus der Weltwirtschaft ergaben, sie wurden durch eigene Schließungen nicht weiter verschärft. So gelang es, viele menschliche Dramen zu vermeiden. Dramen, die insbesondere die massive Beschädigung des Mittelstandes und die überproportionale Belastung der weniger privilegierten Menschen in vielen Ländern hervorbrachten. Kindheitsbiografien wurden geschützt und nicht beschädigt. Bürgerliche Freiheiten blieben so weit wie irgend möglich gewahrt. Und eine Spaltung der Gesellschaft, die sich eh schon, man kann sagen, bei sehr vielen Themen in Schweden wie auch in Deutschland zeigt, wurde nicht noch weiter forciert. Nein und nochmals nein. Es wird hier keiner Verharmlosung dieser Pandemie das Wort geredet. Es gibt sehr viele Tote zu beklagen. Jedoch wird es höchste Zeit, die autistisch eingeengte Perspektive aufzuweiten und einer wissenschaftlich sauberen und ergebnisoffenen Aufarbeitung Raum zu geben. Es gilt, aus den Fehlern zu lernen und sich für zukünftige Krisen besser aufzustellen. Doch das ist nur möglich, wenn der Tunnelblick endlich aufgeweitet und Reflexionsbereitschaft und intellektuelle Redlichkeit zumindest im wissenschaftlichen Diskurs wieder Oberhand gewinnen. Es waren nicht zuletzt auch große Teile der Wissenschafts-Community, die sich den Tunnelblick sehr wohl zu eigen gemacht haben. Dass es die eine Wissenschaftsdisziplin, die alles zu erfassen oder zu lösen vermag, nicht gibt, das ist trivial. Und doch wurden Virologie und Epidemiologie so prominent platziert, dass sie gleichsam für die Wissenschaft standen. Flankiert von mathematischer Modellierungskunst formte sich ein medial getragener Expertenkreis, deren Weg aus der Krise scheinbar am kompetentesten zu bestimmen wusste. Aber um auch das zu präzisieren, natürlich ist es im Rahmen einer viralen Pandemie nur natürlich, dass diese Fachdisziplinen in der ersten Reihe stehen. Aber das darf nicht bedeuten, dass alle anderen Medizin- und Wissenschaftsdisziplinen verstummen. Denn dieses Verstummen führt dazu, dass eine in der Wissenschaft sehr wohl bekannte Binsenweisheit gänzlich ignoriert wird. Die Entscheidung, welche Daten erhoben werden, beeinflusst in hohem Maße, welche Hypothesen am Ende generiert und welche Szenarien in die Zukunft projiziert werden. Wird der Fokus auf ganz bestimmte, gut messbare und auf Dashboards gut darstellbare Daten wie Inzidenzen und tatsächliche und vermeintliche Covid-19-Tote gerichtet und werden Interventionen direkt an sie gekoppelt, so erwachsen aus eben diesen Daten fast zwangsläufig stark verengte Handlungsoptionen. Bleibt der Fokus auf nur ganz bestimmte pathologische Parameter begrenzt, so gelangen andere, vielleicht nicht weniger bedeutsame Pathologien gar nicht erst in den Aufmerksamkeitsfokus. Insbesondere, wenn diese Daten das Zusammenspiel vieler Faktoren in den Blick zu nehmen suchen. Daten, die zum Beispiel Krankheitsgeschehen beschreiben, die ihr Entstehen einer völlig einseitigen Fokussierung erst verdanken. Geht doch eine Einseitigkeit in der klinischen Wahrnehmung zwangsläufig mit einer groben, anderweitigen Vernachlässigung einher. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Daten, die auch psychosomatische, psychologische, soziale und ökonomische Phänomene menschlichen Seins und menschlicher Gesundheit zu fassen versuchen, haben keine Chance, zur Kenntnis genommen zu werden. Sie lassen sich über ein Dashboard weniger Griffik zur Darstellung bringen. Worst-Case-Szenarien lassen sich aus ihnen nicht so einfach ableiten, da ihre toxische Wirkung nicht akut in Erscheinung tritt? Mit anderen Worten, blickt eine einzelne Disziplin auf diese Welt, dann ist der Blick zwangsläufig eingeengt. Das ist niemandes böse Absicht, sondern liegt einfach in der Natur der Sache. Der menschliche Organismus, Gesundheit, gesellschaftliches Leben, Ökonomie, jedes für sich stellt ein komplexes und in sich fragmentiertes Gefüge unendlich vieler Beschreibungsebenen dar. Ohne eine interdisziplinäre und das heißt mehrperspektivische Herangehensweise ist es kaum möglich, Krisen, Krisen, die stets unendlich viele Bereiche tangieren, wirklich suffizient zu bewältigen. Was aus virologischer Sicht sinnvoll erscheinen mag, kann sich an Stellen, die außerhalb des virologischen Gesichtsfeldes liegen, verheerend auswirken. Lassen Sie mich nur wenige von zahlreichen Beispielen anführen. Nach den Zahlen des BKA kam es mit dem ersten Lockdown zu einem Anstieg des Konsums von Kinderpornografie um 30%. Den höchsten Anstieg verzeichneten Livestreamings über Webcams. 33% der Kinder wurden darin vergewaltigt oder sexuell gefoltert. 55% der Kinder waren jünger als 10 Jahre. Natürlich brachte nicht die Lockdown-Politik dieses unerträgliche, delinquente Verhalten hervor. Doch sie hat es signifikant verstärkt. Nicht zuletzt, weil auch die Kontrollfunktionen von Kitas und Schulen aufgehoben wurden. Ein weiterer Punkt. Zwischen März 20 und April 21, somit in der heißen Phase der Pandemie, wurden in Deutschland laut der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie 1.259 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 20 Jahren mit einer Covid-Erkrankung in Krankenhäusern behandelt. Davon 5%, also 62, auf einer Intensivstation. Bei 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland macht das 0,009% aus. Davon verstarben vier Kinder. Das sind 0,00002%. Die Zahlen des RKI liegen höher, da dort auch die palliativen Kinder, also Kinder, die schon vor der Infektion sterbenskrank waren, einfach als Corona-Opfer mit aufgeführt wurden. Dass wir uns hier nicht missverstehen. Jeder einzelne dieser Todesfälle ist tragisch. Doch es ist wichtig, auch zu reflektieren, dass im gleichen erwähnten Zeitraum die Zahl der durch Misshandlung zu Tode gekommenen Kinder um 30% zugenommen hat. Unendlich viele Beispiele dieser Art könnten angeführt werden. Beispiele, die sich einfach auf keinem Dashboard aufgelistet finden. Eine einfach erschreckend hohe Zahl an Opfern, und zwar sehr häufig Kinder. Opfer nicht eines bösen Willens, nicht eines bösen Plans. Nein, Opfer eines verengten Blicks auf die Welt und eines verengten Wissenschaftsverständnisses. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020